Musik Hi, ich bin Marcel. Ich mache zur Zeit Praktikum im Reality-Studio. Tim und Tom haben mir sehr viele Sachen gezeigt, wie zum Beispiel das Abnehmen von Schlagzeug, Gitarre und Bass. Ich habe selbst ein paar Sachen aufgenommen und diese dann selber abgemixt und ein paar Effekte drauf gesetzt. Und das ist dabei rausgekommen. Musik So was der, kommen wir mal rüber. Ich zeige dir mal, wie man die Gitarre abnimmt. Cool. Pass auf. Nimm mal. So einfach ist das. So gut gemacht.